Herzlich willkommen im Landgasthof Meier in Hilzhofen. Hier werden gerade hausgemachte, pikante Joghurt-Käsennockerl mit einem Pfeffer- und Chili-Mandel umhüllt. Das ist ein griechischer Joghurt, also ein 10-prozentiger. Der wird drei Tage ausgekommen. Das sieht man im Bild dann, dass er abtropft und dann wird er ein wenig gewürzt. Und außen kommt dann so ein Chili, gestoßener Chili, ein wenig Pfeffer, Salz und wird dann kurz eingewickelt und schmeckt richtig leicht käsig und schön würzig. Exotisch fein und ebenfalls auch auf der Schmankerl-Karte, das heißgeliebte Curry in vielen Variationen. Curry ist eigentlich schon fast bei uns ein kleiner Klassiker, haben wir eigentlich fast immer auf der Karte. Mit Kokosmilch, das kann man jetzt in dem Fall mit Schellfisch und Garnelen, das kann man mit Rinderfilet, mit Lamm machen, mit allem eigentlich. Und ja, durch das Kokosmilch, durch die vielen Kräuter, Zitronengras, Koriander, ganz ein schönes, leichtes Gericht. Ein Klassiker der mediterranen Küche. Hausgemachte Ravioli mit einer Käse-Kürbisfüllung und Salbei-Butter. Auch die sind auf der vielseitigen Karte zu finden. Ja genau, das ist ein Ziegen-Weichkäse oder Ziegen-Frischkäse. Die Kürbis haben wir selber im Garten, kommt ein wenig Salz und Pfeffer rein und dann wird es in den Bantang-Teig eingewickelt, kurz aufgekocht. Sehr schönes, frisches Gericht. Leicht, schmackhaft, kreativ. Die Schmankerlwirte sind wahre Künstler ihres Faches. Wenn es optisch schön aufgebaut ist, dann hat man das Auge damit, dann hat man schon mal ein paar Prozent, wenn es da nicht ganz so hingeht, das man nicht sein sollte. Ja, wir versuchen halt, dass es passt. Aber auch die Oberpfälzer Küche spiegelt sich hier wieder, zum Beispiel beim saftigen Apfelkuchen mit geeisten Nougat-Espresso. Der Schlupfkuchen, ja, das ist ein Eisperr-Teig, also Eier, Mehl, Butter, gleiche Menge, ganz einfacher Teig eigentlich. Und die Äpfel aus dem Garten. Und da kommt dann noch die Tankerbohne in Einsatz. Die wird leicht mit reinkobelt, also sie hat leicht vanillig und schmeckt sehr lecker. Und sollte man eigentlich immer auf der Garten haben, vor allem im Herbst. Es wird serviert. Natürlich auf der zum Thema abgestimmten Tischdeko. Bei Kräuter und Gewürze, da liegt das Thema nahe, dass man dann mit Kräutern auf den Tischen arbeitet. Wir verwenden jetzt auch von Majoran bis Salbei, Thymian, Basilikum und Rosmarin. Und ja, mit Lavendel und Chili wollen wir halt, dass das Tischbild dann auch erkennbar ist, dass die Schmankerlwogen sind. Bis zum nächsten Mal.